Nellie Nellie Tief in der afrikanischen Savanne lebt Nellie das Nilpferd in ihrem Tümpel. Ihre Mitbewohner lieben es, sich auf Nellies breitem Rücken auszuruhen. Wer Nellie leckere Wasserpflanzen mitbringt, darf auf ihr Platz nehmen. Doch wehe, du erwischst eine faulige Pflanze, denn davon muss Nellie bupsen. Und das stinkt so sehr, dass ihr euch die Nase zuhalten müsst. Schaffst du es auch mit der anderen Hand? Passt bloß auf, dass keine Schildkröten ins Wasser rutschen. Die müsst ihr nämlich wieder zurück auf eure Wasserpflanzen legen. Die einzigen, die Nellie zu schaffen machen, sind die frechen Krebse, die sich manchmal in den Wasserpflanzen verstecken. Sie zwicken Nellie andauernd in die Nase. Um sie loszuwerden, taucht sie schnell ihren Kopf unter. Und die kleinen Schildkröten auf ihr purzeln wieder ins Wasser. Schaffst du es als erster, alle deine Schildkröten auf Nellie zu stapeln? Nellie, eine tierische Wackelpartie, die einiges an Geschick erfordert. Spielspaß, nicht nur für Kinder. Queen Games, Connecting Generations Spielspaß, nicht nur für Kinder. Schaffst du es schon bei uns. Sie sind einiger Hinweis. Spannende Liebe, es wurde immer noch eins und eine schildkröte.